Hallo, das letzte Video von mir war ja von meinem Igel, den ich in die Freiheit entlassen habe. Und hier waren wir im Zoo gewesen und hier gibt es auch was Stachliges, ein Stachelschwein bzw. viele Stachelschweine. Und zu meiner Freude gibt es hier Stachelschweinbabys, die sind gerade mal drei Tage alt. Und die wollte ich unbedingt euch zeigen. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Freude wie ich an diesem Anblick von diesen zwei süßen kleinen Stachelschweinen. Das sieht man ja auch selten. Also keine Meerschweinchen, sondern Stachelschweine. Und die zwei, die trinken jetzt hier bzw. das eine sieht man ja bloß noch. Was mich verwundert hat, dass die Zitzen anscheinend von den Stachelschweinen hier weiter vorne liegen. Also da, wo wir die Brüste haben, wahrscheinlich hat das Stachelschwein dann auch die weiter vorne. So sieht es jedenfalls aus. Und das wollte ich unbedingt euch zeigen. Also nach dem Igel, den ich leider nie wieder gesehen habe, jetzt hier Stachelschweine aus dem Tierpark. Bis dahin sage ich euch dann Tschüssi und Tschüss.